Nicht Denk, Dogmen und Scheuklappen, freies Denk, denn das sind wir. Nun ist es an mir, Tränen der Rührung zurückzuhalten. Die AAS ist 50 Jahre, was feiert ihr heut hier? Nicht Denk, Dogmen und Scheuklappen, freies Denken, das sind wir. So forschen wir weit, was wir tun, die macht, hält uns auf. Wir geben alten Theorien einen anderen Verlauf. Zweite Strophe. Die Wissenschaft, sie ist und bleibt durchaus mit.